Wenn sich Lieder so ultimativ ins Gedächtnis brennen wie seine, dann fällt Abschied nehmen schwer. Und nein, Billy Joel, der schon in den 70ern Ohrwürmer für die Welt produzierte, geht mit mittlerweile 75 Jahren nicht in Musikerrente. Aber er gibt heute das letzte seiner legendären Konzerte im Madison Square Garden, für die er zehn Jahre lang jeden Monat einmal von seinem Haus in Long Island aufgebrochen ist, um in New York City einen Abend lang auf der Bühne zu stehen und danach wieder nach Hause zurückzufahren. Zuletzt wohl sogar häufiger per Regionalbahn, um sich zu erden. Wie Joel selbst meinte, bei der Fahrt durch seine Stadt, die von ihm so oft besungene, die Liebe seines Lebens. Carsten Schabowski. Brooklyn Bridge, Times Square, Soho, das alles ist seine Stadt. Von dieser ganz besonderen Liebesbeziehung handeln viele seiner Lieder. Billy Joel wurde in der New Yorker Bronze geboren. Auch das ist New York, der Madison Square Garden. Für den Pianoman ist es eine ganz besondere Auszeichnung, hier spielen zu dürfen. Madison Square Garden ist mehr als ein Büro, das ist Zuhause. Wenn du noch Billy Joels Zuhause googelst, dann findest du Madison Square Garden. Das ist ziemlich cool. Billy Joel und sein New York. Auf seiner Homepage hat er alle Orte aufgeführt, die ihm wichtig sind. Zum Beispiel den hier, St. Mark's Place. Das New Yorker East Village sieht nicht mehr so aus, wie zu den Zeiten, als Billy Joel dort das Video zu seinem Song A Matter of Trust gedreht hat. Auch so hat sich verändert, wissen Jack Finanow und Michael Grosvenor. Die zwei produzieren einen Musik-Podcast, in dem es um Billy Joel geht. Auch sie kennen die Billy Joel-Plätze in der großen Stadt. Das ist einer der wenigen Plätze, wo man den Werdegang von Billy Joel noch sehen kann. Hier hat man das Cover aufgenommen von Innocent Man im Sommer 1983. 52nd Street, Scenes from an Italian Restaurant, Hudson River Line, das sind Orte, die in seinen Songs vorkommen. Billy Joel gilt für viele als der Prototyp eines New Yorkers. Er ist bereit zu kämpfen, er hat keine Angst vor Konfrontation, er ist sehr schlau, er ist aber nicht nur ein harter Junge, er hat auch was zu sagen. Eine Ära geht zu Ende. Heute wird Billy Joel zum letzten Mal von seinem Wohnort Long Island nach New York City fahren. Das war der Höhepunkt meiner Karriere. Ich als Hauptact, alle kennen den Madison Square Garden, jeder weiß, das ist nicht nur New York, jeder feiert dich, denn das ist der Garden. Damit könnte nun alles enden, aber ausgerechnet jetzt hat Billy Joel einen neuen Song veröffentlicht, den ersten nach 17 Jahren. Aber New York schläft ja auch nie.